Willkommen zurück zu Zelda Skabotor. Wir sind im Floriasee und wir sind gerade auf einer Landstrecke, wo es ein paar Geheimnisse gibt, die ich haben wollte. Oh, das war der Glibber. Und was ist in der Kiste? Wow, das Geschenk der Göttin. Wir haben ja jetzt glaube ich drei, oder? Ja, vier, oder? Sogar vier? Drei. Jetzt haben wir drei. Ich glaube, mit drei hat man sogar schon ausgesorgt. Ich weiß es nicht so genau. Oh, da ist der Glibber. Nein, Glibber. Glibber, glib, 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 glib. Oh, ja, okay, davon haben wir auch nicht so wenige. Also nur 16. Hatten wir uns nicht mal beschwert, dass wir vom Glibber zu wenig? Ja, genau. Weil wir im alten Safe, bevor das abgekackt ist, hatten wir ja direkt sehr viel Glibber bekommen. Das ist ziemlich übelst viel Glibber, aber. Aber jetzt hat sich das Blatt mal sowas von gewendet. Da oben an der Wand hängt auch einer. Ja, soll er mal schön runterkommen auf dem Boden der Tatsachen. Äh, hoi. So, danke schön. Und da sehen wir doch eine Artefakte der Göttin. Und einen Dungeon-Halbnaut. Genau, der ist auch so total wichtig. Danke, Dennis. Wir haben nicht alle lieb. Und wir lieben auch den Bernstein-Halbmond. Er kommt, glaube ich, in jedem Part vor. Gibt es überhaupt ein Part, wo er mal nicht drin vorkommt. Ja, garantiert. Irgendwo. Ja. Naja. Irgendwo wird es ein Part geben. So, man tauche ich mal so ein bisschen weiter. Elegant. Elegant. Elegant, ja, ja. Wir kennen das, ja. Das war sehr viel sinnvoll. Da rein, da raus. Ich glaube, jetzt muss ich noch unten, oder? Da gibt es hier noch was. Ich glaube, aber nicht. Herzchen? Braucht man nicht. Schauen wir noch mal. Ich weiß, es ist auch noch mehr als du hast. Ja, der Bernstein-Halbmond. Wow. Das ist doch sehr erfolgt. Und ja, der Bernstein-Halbmond. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, was wir uns sagen. Es war hier friedlich und ruhig und dann kam mein Mensch. Jetzt drei riesige Fische hier, ihr Unwesen. Nicht mal sein Mittagsschläfen. Kann mal mehr halten. Verdammt. Ja, okay. Auch bei dem Mittagsschläfen, Mann, ihr seid aber auch echt scheiß Viecher. Genau, ihr seid schlecht gebaut. Und dann nochmal was über die Menschen sagen. Haha, genau. Die Menschen sind nämlich die perfekte Rasse. Wir sind übermächtig. Die Arische Rasse. Wir sind Deutsche. Wir sind Größenwahnsinnig, genau. Ja, und das hier so ein Zäunchen. 3, 2, 1, und ich... Das war mega fail. So. So. Also, und los den Nahrer. Und jetzt nochmal. Das war elegant. So, ähm. Ähm. Ja, Elvis Presley unter den Fischen. Ah, nicht dieser Fisch, ganz schön schwer, aber dieser Fische hat eine Wasserdrache angegriffen. Sei vorsichtig, Dickmann. Äh, klar. Ich zeig dir jetzt mal, wie man ihn platt macht. Das ist ganz simpel. Vielleicht mit dem Dingens. Kann Schiort analysieren, das wird gerne mal wissen. Ne, kann ich nicht. Eine Schuppe, eine Schraube und noch eine Schraube und schon sind die weg. Ah. Ganz easy. Großartigkeit zu einfach, du musst der Ausarbeitung der Götze sein. Jawohl, oh, oh, oh. Jetzt finde ich auch dich ganz toll. Ja, ja. So, und du musst nach rechts. Ja, ich schon noch hier so gerade ein bisschen so auf dem Weg. Grund, ob hier irgendwas Tolles ist, aber ich glaube, hier ist nichts Tolles. Ne, da scheint nichts zu sein. Und wir stehen vor verschlossener Tür. Ja, ein Rätsel. Hey du, komm mal. Endlich da. Ja, ja, ja. Ich bin da. Äh, äh, äh. Das sind bestimmt Augen. Gleich sind wir beim Wasserwachen. Bitte warte einen Moment. Bitte bleiben Sie dran. Äh. Ach so. Aha. Ja, äh, praktisch gebaut halt, ne? Ja. Hier, klar. Was ich bei denen ein bisschen schade finde. Die haben irgendwie nicht so wirklich Namen. Man weiß ja noch nicht mal genau, wie die Rasse heißt von denen. Das sind... Die sind so unpersönlich. Ich meine, die Kiyu, die haben alle Namen. Die Mokmas, die haben alle Namen, ne? Sogar diese Gronen, die ab und zu mal so ankommen. Die haben Namen. Aber die, die haben keine Namen. Warum nicht? Okay, nennen wir sie... Schlüsselfische. Schlüsselfische, okay. Sehr, äh... Einfallsreich. Genau. Von dir, Dennis. Schlüsselfische. Jetzt sitzt da so ein kleiner Drache. Ja, kriege ich auch. Wie sind das hier für Fische? Das sind Kinder. Kinder, wahrscheinlich. Die kleinen Kinder. Also wenn das... Wasserdrache ist dann ein phrasischen Wesen. Auf jeden Fall, dass du den da lesen. Was muss ich da sehen? Ein Mensch. Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du hier eigentlich überhaupt hereingekommen? Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasserdrache, Phyrone. Und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du bist also eine Wasserdrachenschuppe. Oh mein Gott. Nur der von den Göttin auserwählt, der kann sie erlangen. Du bist also auserwählt. Ich glaube schon. Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hier zu finden. So, der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Äh, woher weißt du das? Er hat mir versprochen, diesen Ort geheimzuhalten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Was, wo ich du gerade aussiehst. Aber gut. Du bist sicher auf der Suche nach der Heiligenflamme. Ja, ganz genau, Kubo. Nun, ähm, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie Tüft auserwählt hat. Aber lassen wir es mal auf einen Versuch entkommen. Der Anführer der Monster, Dhirahim, hat mir eine Wunde hinzugefügt. Ähm, ja. Das heilige Wasser in dem Behälter soll sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen. Wie das in diesem Behälter? Im Gegensatz, im Gegensatz, zeige ich dir, wo die heilige Flamme ist. Deal! Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nun mit der Aurasuche aufgespielt werden. Gebieter, du besitzt eine leere Flasche. Darin kannst du das Wasser transportieren. Gut. Feige diesen Weg in den Wald von Fyron. Ja, aber freck mir nicht. Nun beeile dich. Ich warte gern. Und da war es irgendwie geschehen. Ja, das war es dann. Aber da lang mussten wir sowieso oder so. Aber vorher, wie immer, Geheimnisse, Geheimnisse, Geheimnisse sind wichtig. Und ich weiß ja, wo die ganzen Geheimnisse sind. Deshalb geht das auch relativ fix hier bei uns. Also relativ. Au. Au. Ja. Herr Schott. Ähm, wir gehen einmal rum. Um den kompletten See. Und sehen einen Totenschädel. Also der Wasserdrache hat hier wirklich gut gespeist. So, für das das ein kleines Kind ist. So, was sagt die Truhe uns? Die Truhe sagt uns... Nein, die sagt... Wir haben einen Schattenkristall erhalten. Wow. Ich glaube, davon haben wir gar nicht so viele. Oh, wir haben nur noch null. Okay. Nicht mehr viel. Also wir hatten mal Schattenkristalle. Aber da... Dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Yeah. Und dann habe ich einen Pfeil in meinem Knie und... Ja. Ich versuchte, professionelle Videos machen. Aber dann habe ich einen Pfeil in meinem Knie. Ja, und dann war es vorbei da. Ja. Wollen wir nicht alle einen Pfeil im Knie haben? Ja, du schon. Ich war schon ein Hero wie du, aber dann habe ich einen Pfeil in meinem Knie. Ja, oder so. Ich mag das Pfeil in meinem Knie. Es gibt so einen Mod. Also, falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist Skyrim. Und, äh... Ja, da gibt es halt einen Mod in diesem Bogen. Und wenn man damit eine Wache abschießt... Oder wenn man dann einen normalen Menschen abschießt und... Nein, wenn man die Wache damit ins Knie schießt, wird es ein Hühnchen. Genau, so war es. Das ist sehr einfallsreich, also... Ja, genau. Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Hier. Du bekommst auch noch einen Pfeil ins Knie. Ich kriege meistens Pfeile in den Rücken oder in die Arme. Ah, ja. Aber ich gehe immer in die Köpfe. Keine Ahnung, warum irgendwie das ist so vorbestimmt. Das ist eigentlich besser so, ne? Genau, obwohl das nicht wirklich viel mehr Schaden macht. Aber jetzt kommt wieder so ein Opfertyp. Die du immer vorliest. Okay, ein Sechser. Hä, boing ein. Dankeschön, eine Motto-Cloud. Zeichnest du ein Symbol der Liebe. An einer der mysteriösen Wände, wird es mich die Wette besser gehen. Ja, es geht mir immer gut. Wo ist eine mysteriöse Wand, wo ist eine mysteriöse Wand? Hier speichern mal. Das kann ja nicht schaden. Speichervorgang, ja, voll falsch. Yippie, yippie. Gibt es ja nicht auch noch so ganz tolle Insekten? Zum Beispiel ein Himmelsweiter. Okay, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wo ist so eine Wand, ich will zeichnen. Ja, wir kommen noch schon zu so einer Wand. Wann kommt die Wand? Wann kommt die Wand? Sind wir endlich da? Wann sind wir da? Ich muss pipi. Ich habe Hunger. So geht das nicht weiter. Und da ist ein Bauchstab, den wir unterschieben können. Aber zuerst mal, Link hat etwas gesehen. Ist es ein Drache? Ist es ein Wasserdrache? Nein, es ist Pfeil. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Deine Akula ist so leer. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Firon befinden. Bitte bestätige dies mit Hilfe der Karte. Ich bestätige dir mal gar nichts. Ja, sie ist so vollrichtig. Sie sieht voll südwestisch aus, Alter. So. Ich glaube, sie sind 100 pro Gegner. Das sind deine Lieblingsgegner. Ja, du willst du Metzeln? Ja, klar. Du darfst Metzeln hier. Mach uns weg draus. Na, dafür muss ich aber erst die Armschiene anziehen, weil... Die Armschiene! So. Runter. Warte, diesmal mache ich dir ein Dreieger aus dem Schild. Das ist ihm scheißegal, was du aus dem Schild machst. Oh, ein Dreieger. Der hat dich aufgestochen. Der hat dir den Schild in die Fresse gerannt. Äh. Ja, okay. Jetzt hat er es auch gemerkt, dass der Schild ihm nichts mehr bringt. Ähm, nee. Ich würde anvisieren. Ja, ich hatte anvisiert, aber irgendwie. Ja, du musst auch nah am Gegner stehen, sonst bringt dir das einen Scheiß. Schild! Sehr gut. Äh, ja. Weg da, weg da. Gut. Hast du toll gemacht. Du durftest mal wieder schnitzeln. Dann sind die mal lustig, die Typen. Fallen nicht, weil die so nicht so schnell kaputt gehen. Ich glaube, wir machen noch einen kurzen Abstecher zurück. Das finde ich auch sehr schön so. Ah, sind hier... Hier muss doch irgendwo so ein Firehooker sein. Irgendwo muss doch hier so einer sein. Das geht doch so nicht. Mensch. Däneman. Ich glaube, mit der Vogelstattur zum Beispiel haben wir noch nie geredet. Nee, das war es nämlich am Anfang. Nein, nicht. Vielleicht benutzt man die Aurasuche. Dass du weißt, wo das Wasser ist. Ja, 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 aber ich wollte erst mal noch einen Abstecher zurück zum Siegelhallen. Zum Siegelhallen. Denn... Hier geht es einerseits für Rüchen. Und der Corona hat irgendwie noch nichts zu melden. Tolles. Ja, dann war das jetzt irgendwie umsonst. Ja. Egal. Haben wir mal ein Pech gehabt. Geh mal zurück. Hier so oft. Ja, genau. Und wir laufen die Wand rauf. Wir sind Wandläufer. So. Aber irgendwo muss es noch diese scheiß Firehooker geben. Auf jeden Fall. Also sonst... Sonst schieße ich Dennis'n Pfeil ins Knie. Oh mein Gott, dann wärst du ein Hühnchen. Aber ich bin ja keine Wache, Alter. Nee, und du wirst auch wohl nie Wache werden, glaube ich. So, ähm... Da! Da war einer. Da hüpfte doch was. Genau. Da! Haben wir dich. Du hast einen Feuerehüpfer gefangen. Ich werde diese Insekten fallen alle 10 Jahre über das Land herren und vernichten die komplette Vegetation. Also gut, dass wir dich eingefangen haben, Mann. Ich... Also, äh... Das heißt, wir warten 10 Jahre, bis sie wiederkommen. Und dann machen wir einfach die ganze Zeit so... Ohlalala. So, ich hab heute noch einem gehört, es gibt ein Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Auf jeden Fall. Wenn man da gegen den Endgegner kennt. Und man macht das Spiel aus. Und wartet zum Beispiel 3 Tage, stirbt das Tier oder stirbt dieser Endgegner ernsthaft an Altersschwäche. Das ist der einfachste Endgegner. Okay. Das heißt, man muss nichts machen. Und man geht bis da, töte die Endgegner oder macht einfach aus, wartet 3, 4 Tage und stirbt der Typ an Altersschwäche. Okay, im nächsten Tag kannst du uns mehr darüber erzählen. Nein, das möchte ich nicht, weil so spannend ist das nicht. Und? Äh, ja, dann verabschieden wir uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann... Wir abonnieren, kommentieren, favorisieren, blub, 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 blub. Immer denselben Scheiß hier machen. Immer alles, was YouTube zu bieten hat. Genau, aber so. Und dann hoffen wir, dass Akta nicht durchkommt, damit wir, damit ihr weiter unsere schönen Let's Face gucken könnt. Genau, dafür halten wir unser Schwert im Himmel. Also, bis zum nächsten Part und tschüss. Und tschüss. Bis zum nächsten Part und tschüss.